ok dann nicht der letzte typ der ausgespuckt wird der ist dann mein neuer speer seiler und speer oh 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 jetzt hab ich bei dir muss ich geladen ich muss schon wenn man das als musik bezeichnen kann dann hat das grad bei mir geladen ja toll du weißt ich glaub der löwe lebt noch oh gott blöde fisch bring jetzt irgendwas stirb mit katapulte lasst du das fischling du sollst mir da schauen ob da gold ist braucht kein fisch oh was ist denn das für castor eine ruine oder so oder so art steinkreis ist das steinkreis oder ich hab kein gold oh shit die dirne ja gar nichts ja wahrscheinlich du bist wie ich jetzt ist der schon wieder fast hier bei mir und so viele löwen sich der shit bei mir da da hinten wird schon wieder einer gewinnen glaube ich oder ich hab kein gold ich hab kein gold neet kein löwe nein geh weg da ist kein gold ich glaub es ja gar nicht einen elefanten habe ich gefunden aber kein gold ich brauch aber ein gold das ist das problem da ist schon wieder so ein komischer Storkreis oder ich bin schon voll im Westen jetzt und ich finde kein gold koronzix ich glaube ich bin so dass ich so dass ich verlaufe du bist rot ich bin rot hast du was von mir gefunden oh du ist schon wieder Löwe jetzt ist er daut jetzt ist er daut ich kann kacken sorry aber du hast kein gold ich bin so los im Staat Israel ich hab kein gold ich kann eigentlich eh schon fast aufhören ich hab kein gold nicht eines ich kann eigentlich jetzt ich kann mich eigentlich killen selber du kannst gerne da ist er der Krokodil weil es so lustig ist ist und muss noch was mit Kling er kirmt du gehst es mit tun hier dort drüben muss jetzt er gut sei weil sonst 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 morgen immer das gibt's nämlich sonst nicht gibt's doch nicht so ist nichts auf die der Karten oder auf dem k ich hab kein gold ich hab kein gold Luki hab kein gold ich hab so viel Beerensträucher gezeigt aber ich hab kein gold gib mir die Beerensträuche gib mir dir gold du hast du hast wieder gold oder? das gibt's doch nicht furchtbar oder ich kann mich nicht ich bin jetzt echt angepisst ich bin jetzt echt angepisst da ist gold da ist gold oida oida bauerst einmal ein wo wird das gold hier gebraucht in den Lagergrube oder so oder wohin ja genau Lagergrube 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 dann bauen wir da eine Lagergrube her und dann baut der einsame Typ da ein gold ab und du baust auch weil du schon fast hin bist du baust auch gold ab aber das coole ist ja das ist das einzige gold vorkommen das ich bis jetzt gefunden habe wie viel gold vorkommen hast du schon? nein eine 60 Betriebsgeheimnis ich denk's mir nämlich vielleicht ist ja doch ja aber das reicht jetzt noch das reicht jetzt für ein bisschen den Stor hab ich auch da hinten glaube ich hab ich gesehen oder? da ist einer komm wir da vorbei nö oida alles gold aber Stor brauchen wir eh fast nicht eigentlich ja das ist eigentlich das größte Klump was man machen kann Kumpelsturm was für Zeit bist du? Brunze ich bin ja ab jetzt ich kann dich echt ausrasten mit mein Elefant Löwe natürlich ich segne was auch so du bist jetzt mal Bauernopfer du gehst jetzt nämlich da oben und schaust nach du bringst erst einmal das Viech um dann schaust du nach was da alles los ist da unten geil was da hart am Stüsselmanissl ist sehr geil also es war jetzt richtig geil was der gemacht hat was ist denn so geil nichts Lattel richtige Scheiße hat er gemacht hm ja lass dich halt umbringen von dem Viech gell am besten das Geh weg lass das Viech liegen lass das Viech liegen lass das Viech liegen ich hab unendlich viel Holz ja ich hab so unendlich viel Holz und du hast einen Anruf ja ich denk's na der Wanninger ruft ihn jetzt nicht an na ich glaub der sagt das anders wird's nicht der Typ ja freilich sagt der das jetzt anders der ruft mich immer an wenns grad nicht geht pfff uuuuua was ist das das bist du da hat getrockt einfach etwas Fleisch miteinander ja easy was machst denn du da bei mir das ist halt eine Scheiße was machst du bei mir was geh weg da alter ich geh schon weg lass mich drüber lass mich drüber ich geh schon weg was machst du bei mir Alter du bist bei meinem Gäufer gekommen naa das gibt's doch jetzt nicht du bist da oh scheiße ja mei fehl oh shit fuck ok das ist nicht gut das ist echt jetzt nicht unbedingt so geil vor allem weil das mein einziges Gäufer gekommen ist da ich war echt am scouten ich weiß nicht ob da noch eins ist aber ich finde kein äh ja naaa naa zähfix ich hab's gewusst ne netze Nund Scholle Bilding kann der die Brauer was kommt vor uns Bilding kann die Brauer mal aber Blübergen über der Zustand oder 堂 was machst du denn du bei mir er wurden ihm ein ob die immer einen marktplatz das weiß niemand außer du selbst toll wir schauen so ein ding überhaupt aus ich weiß es eh nicht mehr au fuck die stehen schon wieder umeinander sind die ja bau da halt ein neuer bauernhof dann wenn da einer hier ist ja denk ich mir auch gerade was soll der scheiß denn mein gott wo ist denn mein marktplatz das gibt es doch nicht hab ich keinen oder was doch ich muss einen haben da marktplatz aber der marktplatz war komplettes klump komm es genau so muss das nämlich oder die römer mit ihrem expansionstrang wieder das gibt es doch nicht aber ich werde ich werde ich werde euch noch das fürchten lehren das hoffe ich sonst ist ja langweilig also ich hoffe dass ich euch das fürchten lehren nicht wie letztes mal das perserreich wurde gelandlockt und gekillt ja bei mir hat es gerade wieder bei mir hat es gerade wieder bei mir hat er lieb geworden sorry da kriegst du einen herzinfarkt was habe ich mir denn jetzt da gebaut weil mich für kass lol simus geil Wollen wir den weg? Ja, gehen wir den weg Sehr toll Ja, das schaut lustig aus Ich brauche 800 Gold Ich habe keine scheisse 800 Gold Oh fuck, stimmt Apropos Du bringst mich auf was Ich hätte das ganz vergessen Okay, das ist nicht gut Alter, die MIDI-Sounds, der Wahnsinn High-Quality-Audio Sie müssen mehr Häuser bauen, ist das dein Ernst? Das ist das So, der darf da ausbauen Und der darf da ausbauen Und die kriegt da Warum habe ich so viel Heu... ähm... Nahrung, ich habe so unendlich viel Nahrung Verbös, verbös... Verbös-Mode, Leute Rogan Rogan wird halt Logan Jetzt hier auf! Sorry Zwei Zwei grad einer Zwei grad einer Oh fuck! Was ist denn da los? Hallo? What is up with you? Mein Freund Lol Du hast Opas Bist du dir sicher? Das ist der Ernst? Oh, der war dort Alter Fuck you Hast du mich grad echt gefisstet Da Oh Oh lol, bist du stark Ich habe kein Gold Ich kann nichts tun Ja, sorry Da sind zwei Gold vorgekommen Ja, bei dir vielleicht Ja, bei dir vielleicht Nein, da, ganz oben Ganz oben Äh... Wäre auch nochmal ganz gewinnen Aber wurscht Was? Ganz oben? Ernsthaft? Nein, habe ich das... Das habe ich nicht übersingen, oder? Ich denke schon Oder ich war zuerst dort Keine Ahnung Ah lol What the fuck Ich habe nie Gold in dem Spiel Das gibt's doch nicht Ich schau mal das jetzt ab Oder das Geschiss nicht Gold ist Da Ja, bring meinen Typen um, genau Das, sorry Ja, danke Na, ich bin echt schon wieder gefickt Ich hab... Ich hab einfach... Ich hab kein Gold Ja Ich hab kein Gold Auf der Suche nach Gold Always Die Damenbinde Ich kann auch keine gescheiten Einheiten bauen Weil die kussen natürlich auch nicht Gold Oh fuck, mein Villager Der einzige Typ, den ich mehr bauen kann Und haben Milliarden Axt Mother Typen Das ist nicht Gold Sogar durch Kompositbogenschütze kostet Fucking Gold Alter, ich gib's dir jetzt so hart mit meinen Low... Mit meinen... Mit meinen... Mit meinen... Mit meinen Misteinheiten gib's dir jetzt so hart, Alter Okay Si, das war ein... Sonst ginge sich... Wie war das?